hallo schön freunde willkommen zu einer brandneuen folge von super mario star road wir sind in weltneuen mad musical mess und suchen die letzten zwei roten münzen ich habe allerdings angst dass ich an die einen nicht rankommen erstens mal weil ich gar nicht finde und zweiten zwei ja weil da unten so eine rote box da ist die ich noch nicht aktivieren kann das heißt aber irgendwo muss bald der rote schalte fast kommt doch dass er näher dran ich bin jetzt überall 60 so also hier ist das irgendwo nicht hier ist es irgendwo nicht ich sehe nur da hinten die sonst gar keine ich gehe jetzt einfach mal hin gleich ist die andere ganz da oben irgendwie nein da ist sie okay dann mal erstmal in 100 sternen die nehmen wir auch ganz schnell bevor die biene kommt da ist die letzte münze es ist nicht mehr ich hab sie nur noch zurück nein nein wieder amnistisch also voll machen tschüss 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 da unten ist ein one-up das nehme ich ja ganz bestimmt nicht was macht er denn da unten ist der runter krallen der soll da sein war da war das jetzt naja oh gott so da hätten wir jetzt diese wir haben es geschafft okay gut jetzt gucken wir noch ganz schnell ob ich denn an die andere schon dran kommen nee das kann ich nicht so wann er hat noch irgendwas davon gesagt dass ich irgendwo long jump machen soll ja ja der erzählt das hier mit dem kronleuchter mit dem da okay das da war kurz 10 naja sehr schön wir brauchen die melting snowpeaks kurz 10 okay okay sagt mir natürlich auch nichts und da vorne ist wieder unser kumpel die musik sagt mir nichts auch wieder neue bäume das auch unser kumpel und da auch gott wir wurden hier oder was ja ich bin anscheinend nicht erwünscht habe ich kenne die musik nicht wo kommt ihr her ich glaube ich habe noch keine einzige musik hier aus so einem level kann aber die welt sieht richtig groß aus war das jetzt hoch so war was soll ich tun das so ich denke so ein gegner das siegen wie kommt hier hinten mit dem baum wieder ich habe durch geplicht durch die brücke ja 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 ok würde ihn hast eine werbung ach mensch guttag und die stehen wir davon auch ein das ist das denn für eine welt allerdings noch fix ja ja was ach so mein gott die sind hier überall irgendwie ich muss das so machen hier nein die griecher gar nicht so kaputt muss ich um die rumlaufen ich kann einfach hier aufgehen war das war einer der springt wenn ich überhaupt richtig na guck mal das ist eine schöne idee konnte dann kam starten selbst gemacht okay ich glaube ich kann die kammer nicht drehen nein 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 ich sehe nix das ist das ist da ich sehe einfach gar nix ich sehe nix nein wo bin ich denn hier das ist der kamera mit der ich leben kann da war ich da war ich oh gott ab ging ich ja schon wieder warum springt er denn nicht jetzt bin ich wieder hier ich sehe nichts warum der läuft einfach mal tausend schritte weiter geht es ein ich bin gespannt wäder ist es ein ständiger das moment was denn 2 ja wo ist denn hier da kann man was das denn da hinten stopp da oben muss ich hin oder okay ich muss hier ach guck mal hier ist sogar ein weg da haben wir gesehen das ist aber eine stu oder okay Wollte schon sagen. Warum hab ich das gemusst? Okay, was? Hier ist alles voll mit dir. Was ist... Ah! Okay. Ah! Ah! Nein! 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 Hm? Was haben wir denn hier? Hallo? Hä? Was ist passiert? Was? Ja, keine Ahnung, was hier unten ist. Ich geh erstmal hier vor. Achso. Da darf ich glaube ich nicht rein, oder? Doch, da. Was haben wir hier? Hallo? Okay, keine Ahnung. Für später wahrscheinlich. Mann, du stirbst jetzt ja mal. Was, der lebt noch? Okay. In drei Münzen, alles klar. Wo muss ich hin? Ich wusste in dieser Turm. Warte, was bin ich denn da? Muss ich hin, oder? Dann komm ich da hin, von da hinten irgendwo. ophonad to Parliament. Ja, steht jetzt ziemlich riesig. Ich能 da jetzt auch no rum, aber ich will erst mal hier. Hoch. Ahh! Ja! Ja! Nein! Nein nein, nein. Nein nein... Ok, schon. Ja, zu Hause kommen wir da hoch. Den an ihr mitgetren können wir doch. Ja! er ist ja noch riesiger als beim letzten mal halt halt schon gehen sie mal bitte ja ich kann nicht mal hoch ich kann nicht da hoch ich muss warten ist der komplette entnissen und vor allem der bett er erstmal stehen geht doch weiter er läuft nicht egal was ich mache wie soll ich den der ist doch riesig der lässt sich gefühlt der wird immer schneller ja 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 einmal umgeknüpft und dann gar nichts mehr irgendwas stimmt mit dem nicht der den irgendwie umgemodet irgendwie ganz ganz seltsam so wir haben auf jeden fall ich weiß nicht dass denn jetzt und vor allem soll das sein weil wir jetzt dahin ich entdecke hier 100 neue b ich weiß gar nicht was lang geht ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht dankeschön was soll ich denn hin dann auf jeden fall den stern da oben haben wir irgendwas ich muss aber nicht da lang oder wir hätten auf jeden fall irgendein stern aber ich glaube den soll ich jetzt auch holen oder er ist nämlich so eine eisschicht irgendwie hier runter muss man hier wie viel gegner sind denn hier hier gucken jetzt mal also ich muss selber schenken ja hier muss show und wo kriege sowas her hier oben oder irgendwo das muss ganz klar den stern erholen das steht schon mal fest aber woher soll ich das den kriegen gleich wieder das ist jetzt jemand anders nach der bleibt ja nicht verstehen was macht ihr denn jetzt da das ist nur der eine jetzt oder was macht er denn da hallo das sind einfach nur kleine bullies oder wo krieg ich denn bitte schön eine shell herr ich versuche jetzt was geisteskrank ist na was wo ist denn der stern aber da muss ich rein ich bringe einen mal auf gut glück und ich lade sogar noch irgendwo und das noch heile ja 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 wo krieg ich mein panzer her und wir sehen wahrscheinlich nicht steht hier irgendwas auf dem schild ich muss ja nicht mit dem reisen ich sehe kein warte mal ich glaube hier alles ist ich glaube ich habe es gefunden das ist doch sehr viel das ist ja schon der stern und ich wäre sogar fast dann ist relativ einfach und ich habe nicht gesehen guten tag mein name ist monika kipp okay bin die monika kipp und beschreibt ich bin los ich weiß glaube ich würde er hin muss und zwar nicht da wo ich eben schon mal war in diesem ein loch in dem berg da oben wo nichts war wo war das jetzt da war das nicht doch gerade wäre riesig der schwebt in der luft okay muss der pinguin wo war dieser weg ist der pinguin da unten oder hier oben da unten ist er schon mal nicht hier muss das glaube ich hinten na ja ja da steht die mutter habe ich doch gewusst okay ja ja okay das ist bei diesem einsamen baum jetzt so ok na hier oben ist er glaube ich nicht dass wir zu einfach hier ist nichts okay ich mache einfach mal wieder wundersprung jahre natürlich dahin und da war ich doch gerade mensch ist politisch so wo ist der pinguin sich gleich da irgendwie da oben anscheinend aber nicht hier unten wo ist der pinguin ich glaube in einer kiste ist er wohl nicht hier vielleicht wo ist der pinguin na wo ist er denn hier ist er auch nicht wo ist der denn hier oben oder ist er ganz da oben na toll da ist er da ist er da ist er den findet man dann fast nicht oder gibt es ja auch wieder ein fake weh du bist das nicht das scheint er wieder die ganze Zeit da ich habe ein kind für dich da ein moment war da hinten ganz dahinten aber ich kann nicht hier rüber mit dem oder okay ich muss irgendwie anders darüber und da ne da komme ich nicht auch hier hier unten warte mal wo geht es da lang nein nein ich glaube hier bin ich falsch ich habe ein problem glaube ich ich kann hier noch hoch wir gehen ganz langsam und in aller ruhe da hoch nein nein ja oder doch nicht ja guck mich an wie komme ich denn ja ich gehe nicht das muss doch dann irgendwie hier oben von hier oben sein ja hier kann schon mal nichts tun ich kann aber auch nicht irgendwie ich muss doch irgendwie darüber hier hoch komme ich nicht ne ich kann auch nur einen einzelnen sprung nehmen das kann ja so nicht gedacht sein hier komme ich denn da rüber ja warum springt der denn nicht ich habe es hier durchgeglitcht oder ich habe das hier durchgeglitcht weg von der wand ok ok und jetzt der 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 die diese der 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 kommt der der die Das gibt's ja nicht. Ich muss weiter weg. Hä, wo ist das? Na halt. Ich muss zurück, ich muss. Von hier muss ich das versuchen. Ich spreng. Ah Gott. Und jetzt? Ich kann hier lang. Nein, kann ich nicht. Okay, bleib mal stehen. Bleib stehen. Kannst du das nicht mal schieben? Nein! Nein, nein, nein. Komm her. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt steht da mittendrin. Na, oh Gott. Nein, nein, nein. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Mensch, du kommst in die Suppe nächstes Mal. Sag nicht, ich bin hier falsch. Ich muss nur noch hier hoch. Ich hab's geschafft. Wehe, das ist das falsche Kind. Da. Nimm. Oh Gott. Hä? Was? Was ist das denn da? Da oben? Wo ist der Stern? Hast du einen Stern gesehen? Ach so. Ah, okay. Okay. Das macht das ja auch Sinn. Okay. 26 Minuten. Okay, Freunde. Die Folge, die ist vorbei. Beim nächsten Mal. Komplizieren wir dann diese Welt. Und. Ja. Das war's, oder? Ja. Dann, äh. Müssen wir schon das nächste Mal aussuchen. Ah, seid gespannt. Auf die nächste Folge. Super Mario. Starout. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.